Oho, zuhaar, ne? Aber ist ja eh nicht. Arsch. Ich würd's ja auch nicht kaufen. Hier liegt noch einer, hier liegt noch einer. Und wie viel brauchst du noch? Einen. Hm. Und wie viel brauchst du noch? Hast du ja fast geschafft. Du fragst doch eher, wie lange dauert's noch. Ach. Spiel nicht mit die Fische. Die Fische haben mit mir gespielt. Ich versteh nicht. Wir sind doch Allianz. Komm, dauern wir gar nicht so lange. Ist ne berechtigte Frage, ne? Ja. Wahnsinn. Nice. Noch ne Frage. Ja. Und zwar... Okay. Gibt es mehr, sag ich mal Stufe 10 Charaktere? Oder mehr Stufe 60 Charaktere? Ja, 60 für den schlechtes Leben. 59er. Meinst du mit 10 wirklich nur Stufe 10? Ja. Ich weiß. Wahrscheinlich gibt's mehr... Hm, mehr Stufe 10 wahrscheinlich. Aber das ist aber mutig... Mutig dann gesagt. Danke. Das ist das einzige, was ich kann. Ähm. Zu einem Teil mutig, zu drei Teilen einen nah. Ja. Was ist die Frage? Ähm. Das längere... Die Level... Och. Die längere Level-Zeit. Also was legt sich stärker aus? Längere Levelzahlen? Oder dass Spieler nicht zu Ende leveln so einen Tag mehr? Weil wenn viele aufhören, irgendwann zwischen 10 bis 9,50 kommen sie ja nicht so weit. Dann gibt's nur mehr Stufe 10er. Beziehungsweise müssen sie genau mit Stufe 10 aufhören. Scheiß das Typ. Weil sonst reicht nicht. Gehen die Battlegrounds jetzt immer schneller? Oder langsamer? No. Mal ab, dass das alles buggy ist. Warum schwebe ich? Warum schwebt man? Langsamer Fall bekommen, was jetzt gerade ausläuft. Boah, das ist ja so cool von jemandem. Ich muss näher ran. Ich kann mich nicht mehr. Das legt immer noch auf. So, wir gehen mit. In der Mitte? Okay. Hm. Hm. Das Ding will not be alone. 4, nice. Hm. Haben die die Flagge erwischt? Nein. Das war nicht das Baum. Aber ich sehe sie aber da. Ich sehe sie da. Ist er sicher? Mhm. Ich bin auf Video. Ja, dann halten wir das jetzt dann aber halt die nächste. Okay. Okay. Cool, ja. Du schnappst sie dir aber am besten. Nichts, dann lässt das ein Noob machen. Wir werden gebraucht, die zu verteidigen. Nein, 4. Surprise, surprise. Was hat er eigentlich für eine Respawn Time? Die wurden doch nicht abgegeben. Ach, fucker. Weil wir die Mitte kontrollieren. Hm. Wir verlieren übrigens den Tower. Wir verlieren ja grad ziemlich krass. Wir sollen lieber den Tower erstmal zurückholen. Flyer Respawn, die kommt gleich. Ne. Doch. Tada. Das werden die nicht mehr verkacken. Wir müssen zurück. Aber vielleicht sollten wir die Mitte halten. Hm. Gegen drei Türme verlierst du aber. Ich hab nicht das Gefühl, dass unsere Leute irgendwas auf Reihe kriegen. Was ist denn hier? Fällig. Okay. Fällig los. 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 Ich hab ja in die Mitte. Tja. Mann. Fällig los. Dämpfer. Ah, das ist gut. So. Das legt immer noch auf. Das kann ich noch nicht mehr rein. Das kann ich noch nicht mehr rein. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Die Antwort kommt spät. Ähm, das, das, das war ein Lack. Das stimmt nicht. Wenn du auch guckst im Bild. Guck doch im Bild. Ich bin am Tower Call. Meine Reise hat ein Ende gefunden. Ich, ich, ich bin nicht angekommen. Wir pflegen um, pflegen um, weil wir sind so super cool und einfach super premium. Flecken. Wir pflegen um, 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 pflegen um. Nicht auch du. Oh, shit. Was? Was für ein Damage? Wärts. Das ist zu waffern. Das ist zu waffern. Und da fliegen war leider noch nicht so weit. Jo, kann da scheiße damage gemacht. So we go for gone. Oh, we can love it. ich gehe mal rüber zum Blutelfen tun ich will so gern mitkommen ich halte den Damage ab du schießt ich habe die Flagge gekonnt ich habe die Flagge